Kannst du einmal umhören? Einfach umhören. Danke. Schönen guten Tag, ich bin der Victor Ruhl. Ilims, der Chef. B. Humble, sit down. Ja, danke für die Einladung. Ja, talken Sie doch mal ein bisschen über sich von Skillet her. Ja, ich bin Victor, ich bin 25 Jahre alt, hab ein 1,9er Abi. Nice! Special in Informatik. Sweet! An der Uni Kölner Filme. Oh, Julian, bam, hast ballert. Warte mal, haben Sie da, haben Sie da gerade... Wissen Sie, wir sind ein Starter, ja? Wir suchen hier keine Roboter, ja? Wir bauen Roboter. Was wir suchen, sind Personalities. Äh... Work hard, play harder! Ich... Life-Work-Balance! Was? Na, ob Sie sich hin und wieder den Willy lobstern. Ich bin Vegetarier. Wolf of Wall Street? Was? Okay, Willi, ich erkläre es Ihnen mal ganz einfach, ja? Ja, heutzutage geht's nicht um irgendwelche Scheine, ja? Es geht auch nicht um Skills. Es geht auch um so zu tun, als Hacknessy-Skill. Verstehen Sie? Nein... Na, die andere Antwort! Ja... Genau! Also, wie schaut's aus? Patte? Wie bitte? Na, Mula! Was? Monellos, wie viel? Ach so, ähm... Ich würde sagen, zwischen 4 bis 5... 100.000? Pro Woche? Fist doch nicht. Wow! Cool! Ich freue mich auf die Arbeit! Was haben Sie gesagt? Ich freue mich auf die Arbeit. Dieses Wort will ich hier nie wieder hören. Hier wird nicht gearbeitet. Hier verwirklichen wir Passion Projects! Und das heißt, wir arbeiten überhaupt nicht! Und jetzt unterschreiben Sie diesen Scheißvertrag! Dammit! Okay, Sie... Sie haben getroffen. Sie dürfen nicht schlagen. Was? Schlagen? Reingucken mit Schlagen? Sorry, aber das ist mir viel zu kinnisch, ja? Ich such mir einen erbassenden Job. Drop it like it's hot. 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 Lo, wir haben noch ein Video gedreht! Nein! Das findet ihr auf Willis Kanal! Sweet! Check das jetzt aus! Sheesh! Absolut! Juli, wir haben das Video! Bye! Yeah!